Die letzte Sitzung war ein bisschen geisteskranker. Ihr Geist ist geisteskrank. 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 Ja, da willst du mal. Wir rufen, ob noch ein Platz ist, weil es ist ein Psychiatri. Geisteskrank. Geisteskrank. Ja, ha, ha. Aho, ich bin's. Gunther, ja. Geisteskrank. Gunther. Gunther. Geisteswarte guter haben. Ja, Patient, der ist geisteskrank. Geisteskrank, geisteskrank. Haha, bitte abholen. Ja. Ja. Bis sofort, ja. Geisteskrank. Ja, bitte, ein großes Mittel. Geisteskrank. So. Geisteskrank. Ja, da ist ja nicht viel, was du mir erzählt hast, was du mir zu berichten hast. Geisteskrank. Geisteskrank. Also. Magier. Soll ich Ihnen helfen? Ja. Ja. Geisteskrank. Ja. Dann lass ich mal gucken in mein Buch. Geisteskrank. Geisteskrank. Ja, ich weiß nicht, ich weiß, ich tränke. Bild malen. Kurztherapie, ja, alles vorbereitet. Stift, Blatt, Therapie. Therapie. Ich bin übertherapiert. Abholen. Ich bin übertherapiert. Dann komm die jetzt endlich. Das ist der Zustandierer. Das sind schmarrnig. Öffne dich und so. Öffne dich. Öffne mich nur für eins. Ja, schade, dass ich da nicht helfen kann. Aber sie können bezahlen. Ich hab kein Geld. Ich bin arbeitslos. Lieb von sozialen. Hilfe. Du hast soziale Schmarottser Socke. Auch noch dazu. Aber es ist einfach vom Staat seine Kosten zu nehmen. Kosten? Ja, ganz cool berechnet. Ja, sie sind ja ein Verbrecher. Ja, sie gehören ja in die Gefängnisanstalt. Ich bin Geisterskerl.